Eine Stimme sagt, rufe! Und eine andere fragt, was soll ich rufen? Alles Fleisch, alles Leben ist wie Gras. Und all ihre Güte, ihr Vertrauen auf sich selbst, ihre Treue, ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Es geschieht durch den Geist Gottes. Das Volk ist wie Gras. Und ihre Anmut ist wie die Blume. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Das Wort ist an, bleibt in Ewigkeit.